Zwei Frösche gingen auf Wanderschaft, denn die heiße Sommersonne hatte ihren Tümpel ausgetrocknet. Gegen Abend erreichten sie einen Bauernhof, wo eine große Schüssel Milch zum Abrahmen aufgestellt worden war. Sogleich hüpften sie hinein und ließen es sich schmecken. Was keine gute Idee war. Als sie ihren Durst gestillt hatten und wieder ins Freie wollten, gelang es ihnen nicht. Sie waren gefangen, denn die glatte Wand der Schüssel war für sie nicht zu bezwingen. Immer und immer wieder rutschten die beiden Frösche in die Milch zurück. Viele Stunden mühten sie sich vergeblich. Ihre Schenkel wurden immer matter. Da rief einer der beiden Frösche, Alles Strampeln ist umsonst, Das Schicksal ist gegen uns, Ich gebe auf. Und er machte keine Bewegung mehr, Glitt auf den Boden des Gefäßes Und er trank. Sein Gefährte aber kämpfte geduldig weiter bis tief in die Nacht hinein. Da fühlte er plötzlich den ersten festen Butterbrocken unter seinen Füßen. Mit letzter Kraft stieß er sich ab Und war wieder im Freien. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Manchmal kommt einiges zusammen. Und es braucht nicht immer eine fette Depression, Um sich abgeschlagen, müde, Unmotiviert Oder auch frustriert zu fühlen. Wir schreiben heute den 18. November 2021. Über anderthalb Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Die vierte Welle, Die Mitmenschen, Die Politik, Der Alltag, Verlangen uns einiges ab. Und als wäre das nicht schon genug, Haben viele ja auch noch ihre ganz individuellen zusätzlichen Päckchen zu tragen. Und auch das Wetter und diese dunkle Jahreszeit Helfen gerade nicht unbedingt dabei, Frisch, munter und motiviert in den Tag zu starten. Wenn auch du im Moment morgens die Augen aufschlägst Und Mit Blick auf den grauen Himmel, Auf die Arbeit, Die News Und Alles, was heute noch so auf dich zukommen könnte, Dich am liebsten einfach wieder auf die andere Seite drehen und Naja, am besten bis zum Frühjahr weiterschlafen möchtest, Bist du hier bei mir genau richtig. Denn heute soll es darum gehen, Wie du an schweren Tagen Mehr Leichtigkeit Und Zuversicht Aus dir selbst heraus kreieren kannst. Dazu habe ich dir drei Plus ein Alltagshacks mitgebracht, Die ich persönlich zur Zeit täglich nutze Und Die du nicht nur im Corona-Chaos hier und jetzt, Sondern eigentlich immer dann, Wenn dir der Antrieb fehlt, zum Beispiel wegen eines Burnouts Oder wenn du dich in einer Phase befindest, In der du nicht weißt, wie lange deine Energie noch reicht Oder wie lange du überhaupt noch durchhalten musst, Bis alles wieder ein bisschen besser oder einfacher wird, Für dich nutzen kannst. Und weil ich weiß, dass gerade niemand mehr Energie über hat, Ist auch diese Folge so gestaltet, Wie die Alltags-Hacks selbst, Nämlich kurz, knackig, simpel Und effektiv Klingt gut? Na dann, mal los! Mein erster Hack ist genau für diesen Moment gedacht, Den ich eben beschrieben habe. Das Aufwachen in einem schweren Körper Mit einem behäbigen Geist Und der Aussicht auf einen neuen, anstrengenden Tag Du weißt aus meinem Special aus der ersten Staffel, In dem es um negatives Denken und Murphys Gesetze ging, Dass es nicht immer nur Erkenntnisse sind, Die bestimmen, wie wir uns fühlen, Sondern, dass es auch in umgekehrter Reihenfolge funktioniert, Also, dass unsere Einstellung oder Erwartung Dazu führen kann, Dass Dinge überhaupt erst schief gehen Oder, dass etwas, was schief geht, Uns viel mehr runterziehen kann, Als es das vielleicht eigentlich tun würde, Weil eben die Stimmung oder unsere Einstellung Schon vorher im Eimer waren Und wir alles durch so eine Art negativen Filter Sehen und einordnen Genau das mache ich mir zur Zeit Jeden Morgen zunutze, Bevor ich überhaupt aufstehe Oder an irgendwas denke Und zwar genau umgekehrt Wenn ich morgens wach werde, Überlege ich als allererstes kurz und grob, Was denn heute alles so anstehen wird Und stelle mir den ganzen Tag Dann noch wirklich einmal kurz im Schnelldurchlauf vor Wann ich wie was machen werde Und, Achtung, das ist das Entscheidende, Wie das alles gut und reibungslos laufen wird Und wie zufrieden ich danach sein werde, Dass es so smooth geklappt hat über den Tag Das ist ein sehr einfacher Trick Unser Unterbewusstsein In seiner demotivierenden Negativspirale zu bremsen Und es zu animieren Unseren neuen, noch unberührten Tag Nach positiven Dingen Und positiven Gefühlen abzuchecken Und seien sie noch so klein Und schwieriger zu finden Als in normalen Zeiten Und natürlich lässt es sich so Auch ein bisschen besser aus dem Bett kommen Und überhaupt den Tag anpacken Mein zweiter Alltagshack Für mehr Leichtigkeit in schwierigen Zeiten Kommt vor allem im Herbst und Winter zum Tragen Es ist keine neue Erfindung Aber gerade jetzt, wo viele so ausgelaugt sind Doch wichtig zu erwähnen Die Tageslichtlampe Dadurch, dass wir alle seit über anderthalb Jahren Mehr Kraft im Alltag aufbringen müssen Als normalerweise Da die Pandemie eine Belastung darstellt Und ja, aber die ganze Zeit immer nebenbei mitläuft sozusagen Beeinflussen Beeinflussen Dunkelheit und kurze Tage Und doch noch ein bisschen mehr als gewöhnlich Hier in Berlin gab es bereits ab September ganze Wochen Die dunkel und grau waren Und die mir auch fast meine Ernte auf meiner Terrasse vereitelt hätten Einige meiner Pflanzen habe ich deshalb nach drinnen geholt Und unter eine Tageslichtlampe im Wohnzimmer gestellt Normalerweise sieht dieses Wohnzimmer mich nur zum Abspannen und Chillen Am Ende des Tages Aber eines Tages habe ich zufällig an irgendwas am Wohnzimmertisch gearbeitet Und war dann über eine halbe Stunde, Stunde dieser Lampe ausgesetzt sozusagen Und nach einer Weile fühlte ich mich irgendwie frischer und leichter Und konnte mir auch erstmal gar nicht so richtig erklären Was ich jetzt anders gemacht hatte als sonst Oder was ich gegessen oder getrunken haben könnte Dass das eben plötzlich so war Bis mein Blick auf diese Lampe fiel Und auf meine Katze, die seit Tag 1 auch immer unter dieser Lampe lag Sobald ich sie einschaltete Seit der Zeitumstellung habe ich sie nun in meiner Wohnküche installiert Und schalte sie dann auch immer direkt, wenn ich in die Küche komme Nach dem Aufstehen, noch bevor ich die Kaffeemaschine anfasse, ein Ich verbringe morgens einige Zeit in der Küche Zum Tee trinken und Kaffee machen und Frühstücken Und seit ich das in meine Routine eingebaut habe Eben als erstes die Tageslichtlampe einzuschalten Werde ich auch wieder richtig wach Und auch viel, viel leichter, was das Körpergefühl angeht Ich bin nach einer halben Stunde mit dieser Lampe einfach fitter Frischer Und ich empfehle sie dir wärmstens Es gibt mega viele Anbieter für diese Lampen Und sie sind auch eigentlich recht erschwinglich Du musst nur darauf achten, dass sie eben groß genug ist Es gibt auch so filigrane Schreibtischlampen Die Tageslicht simulieren Das ist aber nicht das, wonach du suchst Deine Lampe sollte schon etwas größer und Ja, ich würde sagen flächiger sein Und am besten auch in der Beschreibung enthalten Dass sie eben für diesen Zweck Also die Stimmung auszugleichen Und den Mangel an Sonnenlicht zu kompensieren Für Menschen hergestellt wurde Wenn du googelst, wirst du ganz schnell fündig werden In Psychiatrien findet man übrigens oft ganze Lichtwände Weil es tatsächlich belegt ist Dass Licht eben auch gegen Depressionen hilft Alltags-Hack Nummer 3 Was wir morgens angefangen haben Noch bevor wir überhaupt einen Fuß aus dem Bett gesetzt haben Bringen wir abends genauso zu Ende Denn wer mit einem guten Gefühl einschläft Hat vorgebaut Und hat viel, viel bessere Chancen Dann auch wieder mit einem guten Gefühl aufzuwachen Und so funktioniert es Legt dir einen Notizblock neben das Bett Oder fast noch ein bisschen besser Macht dir eine Tasse Tee, bevor du schlafen gehst Oder einen Kakao Und setz dich mit Zettel und Stift Nochmal für einen ruhigen Moment Aufs Sofa oder an deinen Lieblingsort Wichtig ist eigentlich nur Dass das wirklich das Letzte ist Was du tust, bevor du schlafen gehst Damit dein Geist Das bis zum Morgen dann auch behält Und die Stimmung bis zum Morgen erhalten bleibt Also Geh den Tag in Gedanken nochmal durch So wie du es auch morgens schon gemacht hast Und suche diesmal nach Kleinigkeiten Oder auch nach Großigkeiten Die heute gut oder wenigstens reibungslos gelaufen sind Und schreib sie dir auf Das kann das Abholen deines Autos aus der Werkstatt Ohne lange Wartezeit gewesen sein Oder dass dein Kind sich ohne zu bocken angezogen hat Für den Kindergarten Oder auch Dass du direkt einen Parkplatz vor der Haustür gefunden hast Zum Beispiel Ja und nachdem du dir kurz aufgeschrieben hast Was alles gut oder reibungslos gelaufen ist An diesem Tag Schreib dir auch noch auf Wofür du heute dankbar warst Auch hier wollen wir in der aktuellen Zeit Die Ansprüche gar nicht Oder die Messlatte gar nicht so hochlegen Es dürfen wieder einfache und kleine Sachen sein Dankbarkeit dafür, dass du gesund bist Zum Beispiel Oder dafür, dass du endlich drei Alltags-Hacks hast Die dich durch zähe Zeiten bringen Oder dass es ein sonniger Tag war Oder dass du eine super Zeit Mit einem wunderbaren Freund verbracht hast Oder dass du mit Alltags-Hack Nummer 4 So richtig gut aufgestellt bist Egal, was noch auf dich zukommt Ja, du hast es schon an meiner grandiosen Überleitung bemerkt Wir sind schon bei meinem ganz privaten Plus-1-Alltags-Hack angelangt Der mir so richtig gut hilft Durch längere Krisen zu kommen Und nicht einzubrechen Mein sogenanntes Therapeutisches Tribble Ich habe gerade in den letzten anderthalb Jahren Dann nochmal festgestellt Dass es drei Dinge gibt Mit denen ich so richtig gut runterkomme Und neue Kraft tanken kann Das wären ein etwa einstündiger Spaziergang Mit bisschen Natur Ein warmes Bad Oder eine Yoga-Einheit Die etwa 30 Minuten dauert Der Trick ist Über den Tag und die Woche Mein eigenes Stresspensum zu beobachten Wenn alles läuft wie gewohnt Reicht oft schon eine dieser drei Sachen Um entspannt zu sein und runterzukommen Und den Akku aufzuladen Aber Wenn mein Stresspegel steigt Weiß ich Dass ich eben noch mehr in der Hinterhand habe Und ich stelle mir das oft vor Wie eine Waage Wenn der Alltag eine Handvoll Stress In die eine Waagschale schmeißt Oder ich einfach merke Dass ich etwas angestrengter bin als sonst Dann werfe ich einfach Eine Handvoll Spaziergang in die andere Und stelle so das Gleichgewicht wieder her Und wenn das nicht reicht Kein Problem Dann lege ich halt noch ein heißes Bad drauf Und ich weiß immer noch Selbst wenn es jetzt noch härter käme Hätte ich immer noch meine Yoga-Einheit In der Hinterhand Das Abfahren meines therapeutischen Triples Bremst und unterbricht auch Den Stress-Selbstläufer in mir Es gibt mir aber vor allem auch die Sicherheit Dass ich Schon in dem Moment In dem ich mehr Belastung auf mich zukommen sehe Weiß Dass ich genug Tools habe Um gegenzusteuern Selbst wenn die Welt da draußen Oder die Welt hier drinnen Noch eins draufsetzen Und noch eins Und noch eins Und ein weiterer Effekt ist Dass ich mich dann eben auch schneller erholen kann Sollte ich doch mal sehr ausgelaugt sein Weil ich natürlich auch je nach Ausgelaugtheitsgrad Wieder das therapeutische Triple steigern kann Je nachdem Wie viel ich davon brauche Und das ist doch das Wichtigste In dunklen, schwierigen, zähen Zeiten Zu wissen Dass ich okay sein werde Weil ich Eine Kiste voller Möglichkeiten habe Aus der ich dann eben in aller Ruhe Auch eine nach der anderen auspacken kann Wenn es nötig ist Und aus diesem Gefühl Was ich persönlich In dieser doch schon echt lang andauernden Krise So wichtig und heilsam finde Um weiterzumachen Leitet sich auch Das heutige Mantra der Woche ab Egal was kommt Ich werde es abfedern Und ihm immer etwas entgegensetzen können Ich hoffe Ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang Und diese Folge war wirklich angenehm Und unanstrengend für dich Und dass du dir mit diesen Hacks Etwas Leichtigkeit zurückholen kannst Wenn du, genau wie ich Viele andere Leute kennst Die auch ganz dringend Im Moment irgendwas brauchen Damit sie weiterhin Kraft schöpfen Und in ihrem Alltag bestehen können Schick ihnen gerne diese Folge Per WhatsApp oder Telegram Oder welchen Messenger auch immer du bevorzugst Danke dir fürs Einschalten Zuhören und nicht aufgeben Und sei nachsichtig mit dir selbst Besonders Wenn du schon lange durchgehalten hast Und noch nicht weißt Wie lange du noch durchhalten musst Bis auch unter deinen Füßen Der erste feste Butterklumpen erscheint Mit dessen Hilfe Du dann aus dem Milchpott springen kannst Bis übernächsten Donnerstag Deine Susi 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 Deine Susi